Fantastisch! Champions-League-Viertelfinale-Rückspiel Borussia Dortmund gegen Manchester City eingehen und für alle, die meine Ansagen-Videos und diese Statement-Videos schon immer verfolgt haben, wissen, dass ich deutsche Videos eigentlich nur mache, wenn wieder irgendwas vorgefallen ist, was mich wirklich auf die Palme gebracht hat oder wenn meine Mannschaft mal wieder unter Edel schlecht gespielt hat und das war diesmal der Fall, deswegen sitze ich auch überraschenderweise hier. Also es ist halt echt geil, also vorab erstmal, die ersten 15 Minuten waren wieder Top-Fußball, da gibt es wirklich nichts gegen einzuwenden, was ich halt echt nicht verstehe, wir gehen 1-0 in Führung und sobald wir 1-0 in Führung sind, warum liebe Spieler, warum Borussia Dortmund, warum, ich verstehe es nicht, das ist schon das 100. Spiel das gleiche, Das 100.000. Spiel das gleiche, ey, wir spielen so geil Fußball und wenn wir mal wirklich in Führung gehen, wenn wir mal wirklich in Führung gehen, es ist immer, dass wir versuchen, diese Führung wollen zu verteidigen, immer, es ist immer so, wir führen 1-0, maulen uns da hinten ein, spielen defensiv wie sonst was, ey, nach diesem 1-0, wir sind überhaupt nicht mehr aus der Mittellinie rausgekommen, überhaupt nicht mehr. Menzi, die war dauerhaft in unserer Hälfte, hat dauerhaft Druck gemacht, hatte eine Chance nach der anderen, wir sind zum Teufel nicht mehr hinten rausgekommen und das ist eine Sache, die ich nicht verstehe, warum, warum könnt ihr nicht einfach so geil mal Fußball weiterspielen, wie die ersten 15 Minuten, Es ist in jedem Spieltag dasselbe, nach 15, maximal 20 Minuten, hört ihr auf Fußball zu spielen, Mann, was soll denn das, jedes Mal, ey, das ist das 18. Spiel in dieser Saison gefühlt, wo es immer dasselbe ist, Mann, spielt doch mal weiter Fußball, wenn ihr führt, geht doch mal auf ein zweites Tor, macht doch mal weiter Druck, sei doch mal weiter aggressiv, Mann, man meint, ihr habt nur 15 Minuten Ausdauer und könnt danach kein Fußball mehr spielen, Was soll denn das, es ist jeder Spieltag das Gleiche, wenn es jetzt einmal wäre, okay, aber mal ernsthaft, das muss euch doch mal selber auffallen, es ist jeden Spieltag dasselbe, Mann. Ey, ihr seid nicht mehr rausgekommen, enzi, die hat einen Torschuss nach dem anderen abgegeben. Ich war so froh, als er in Halbzeit war, weil ich fest damit gerechnet habe, es gibt noch das 1 zu 1, da hatten wir noch mal Glück im Unglück, dass es nicht das 1 zu 1 gefallen ist, aber, ey, das kann doch nicht sein. Ich verstehe es nicht. Und dann, wie der Teufel natürlich will, kurz nach dem Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit, bumm, 1 zu 1. Wow. Und auch das ist doch mal eine Sache, die euch mal auffallen müsste, jedes Mal, wenn ihr versucht, diese 1 zu 0, dieses 1 zu 0 zu verteidigen und zu verwalten, dass es jedes Mal ein Gegentor gibt. Jedes Mal. Das kann doch nicht sein, Leute. Mann. Ey, ihr seid Fußballprofis, Mann. Ihr verdient ein paar Millionen im Jahr und spielt jeden Spieltag nur 15 Minuten Fußball und der Rest ist Kindergarten, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Meine Mutter ist ja auch großer Dortmund-Fan und meine Mutter hat dieses Spiel so auf die Palme gebracht, dass sie ernsthaft eine E-Mail an Borussia Dortmund verschickt hat, das Ganze auch per Post verschicken wird. Ich stelle euch das Ganze mal ganz kurz vor, weil meine Mutter ist auch vollkommen abgegangen wieder in dem Spiel. Und auch eine Sache, ihr spielt immer nach hinten. Immer. Als wir dann da zurückgelegen haben beim 1-1 oder auch als wir zurückgelegen haben. Warum spielt ihr nach hinten, Mann? Ey, wir müssen dieses Spiel gewinnen. Wir legen 2-1 zurück. Was macht Borussia Dortmund? Spiel hinten rum. Jedes Mal dieses Aufbauspiel hinten über den Tormann. Ey, ich verstehe es nicht, Mann. Man kann aber mehr als 20 Minuten Fußball spielen. Meistens ist es egal, ob wir führen oder zurücklegen. Die ersten 15 Minuten sind geil und der Rest ist kompletter Kacke, Mann. Aber zur Mail, meine Mutter hat geschrieben, Liebe Profifußballer meines Sieblingsvereins dem BVB. Schon sehr lange bin ich ein großer Fan dieses Vereins und habe mich speziell in den Kampfgeist einer Profifußballer verlegt. In letzter Zeit jedoch habe ich leider nicht Spaß an euren Spielen vollends verloren und würde gerne wissen. Zudem erstmal, mir geht es mittlerweile auch so. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr, mir irgendein Spiel von Dortmund anzugucken. Champions League habe ich jetzt noch gemacht, weil wir Champions League irgendwie... Im Hinspiel waren wir wirklich mal gut. Im Hinspiel waren wir wirklich mal top. Und, äh, ne, aber Ligaspiel, ich weiß nicht, ob ich noch ein Spiel die Saison gucken werde, weil es echt jedes Bundesligaspiel desselbe ist und mir das mittlerweile auch so auf die Nerven geht und ich mittlerweile echt schon eine richtige Wut habe auf diese Spielweise. Das kann echt nicht wahr sein. Was ist denn bitte mit euch los? Wo ist euer Kampfgeist geblieben? Könnt ihr tatsächlich nur maximal 15 bis 20 Minuten super tollen Fußball spielen? Zieht euch dann in die eigene Hälfte zurück und bekleidet euren Gegner nur noch. Dies können sie sich dann leider nach Lust und Laune die Bälle zuspielen und ihr lasst sie bis vor's Tor laufen. Meistens geht das nicht gut, was euch eigentlich auch schon aufgefallen sein müsste. Hoffe ich jedenfalls. Und wie plötzlich sind die Gegentore da? Wie komisch. Oh, wenn man nicht mehr angreift, kriegt man Gegentore. Hm. Ist das jetzt seit einem Spieltag so? Hm, nee. Aber es ist ganz komisch. Wenn man die Gegner nicht angreift, fallen Gegentore. Hm. Macht das dann vielleicht Sinn, um keine Gegentore zu kriegen? Vielleicht auch mal mehr als 15 oder 20 Minuten Fußball zu spielen? Vielleicht auch die Gegner mal nach 15 bis 20 Minuten noch zu attackieren und anzugreifen? Und nicht... Komm, soll ich dir Begleitschutz geben? Hier, komm, ich begleite dich mal bis zum Tor. Ey, das ist doch hier ein Risse. Ganz ehrlich. Ey, langsam macht man sich ja echt lachhaft über euch. Ja, äh, und plötzlich sind die Gegentore da. Wie komisch. Was bitte ist das für eine Taktik? Was ist das für eine Taktik? Eigentlich müsst ihr langsam einmal wissen, dass ihr mit dieser Spielweise nicht mehr weiterkommt. Immer mehr Spiele verliert in der Tabelle, immer weiter nach unten rutscht. Warum bitte versucht ihr denn nicht noch, den Gegner nach 20 Minuten zu stören, zu bedrängen und den Ball zu erkämpfen? Eigentlich dachte ich immer auch, ihr wollt in der Tabelle weiter nach oben kommen, auch im nächsten Jahr wieder international spielen und nicht von den anderen Mannschaften belächelt zu werden. Und das ist halt mittlerweile auch echt eine Sache, weil ich habe ja auch viele andere Fans, sei es Frankfurt, sei es Bayern, sei es sogar S04, irgendwas. Gut, S04 hat gerade am wenigsten irgendwie Grund zu lachen, die steigen in die zweite Liga ab. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich habe so viele Kollegen, Freunde, Familienmitglieder, die jetzt nicht unbedingt Borussia Dortmund Fans sind. Die sich einfach so komplett lächerlich über uns machen. Und mir ist es so verdammt unangenehm. Auch von den Frankfurt-Fans nach der Niederlage da gegen Frankfurt. Hier, sieben Punkte, sieben Punkte. Ihr wollt Champions League. Ja, kommt keine Champions League. So, dass wir da von anderen Vereinen und von deren Fans einfach belächelt und niedergemacht werden. Das ist mir einfach so unangenehm. A, weil ich nichts dafür kann und B, weil wir eigentlich die zweitbeste Mannschaft Deutschland sind und diese Leistung einfach überhaupt nicht respektabel ist. Da gibt es auch nichts zum Gutreden oder irgendwas. Das ist eine Scheißleistung und das kann man nicht entschuldigen. Das ist einfach so. Man kann mal ein Spiel schlecht sein. Ja, Bayern München verliert auch mal oder spielt auch nur unentschieden gegen Bielefeld oder verliert auch mal gegen Hoffenheim und was weiß ich. Das ist alles schön und gut. Ja, aber da stimmt der Kampfgeist, da stimmen die Spieler miteinander, die spielen zusammen und bei Dortmund habe ich einfach das Gefühl, es passt diese komplette Mannschaft nicht zusammen. Es passt einfach diese komplette Chemie. Dann immer diese komische Taktik mit hinten reindrängen, den Gegner laufen lassen, Begleitschutz geben und oh, komisch, plötzlich ist ein Gegentor da. Ey, es ist jeden Spiel doch dasselbe. Ja, mit dem Torhüter genau so eine Sache. Jetzt ist Bürki nur noch Nummer zwei, Marvin Hitz soll die Nummer eins werden. Ey, ihr wisst, ich bin großer Bürki-Fan, ich habe auch nichts gegen Marvin Hitz. Ja, aber ganz ehrlich, Marvin Hitz ist niemals besser als Roman Bürki im Leben nicht. Also wie gesagt, ich mag sowohl Roman Bürki, ich mag auch Marvin Hitz. Ich finde die beide mega korrekt. Bürki hat mir ja mal sein Torwarttrikot geschenkt, habt ihr vielleicht bei mir auf Instagram auch gesehen. Aber trotzdem, ich weiß nicht. Jetzt wollten die neuen Tormann kaufen, ich persönlich wäre nicht für neuen Tormann. Ich würde bei Hitz und Bürki bleiben. Klar sind beide manchmal nicht mal relativ sicher. Aber ich finde, man sollte erstmal an die Defensive gehen, anstatt am Tormann zu arbeiten. Weil ich finde, unsere Defensive macht auch teilweise einen schlechten Job. Muss man einfach so sagen. Wenn man da wieder im Hinspiel dieses zweite Tor da kurz vor Schluss, oder was, das zweite Tor? Also das Tor da auf jeden Fall kurz vor Schluss da wieder gesehen hat, wie Mounier da hinten wieder rumgekaspert ist. Ja, da kann der Tormann auch nicht viel machen. Also erstmal sollte man die Defensive erstmal vielleicht ein bisschen ordnen, bevor man einen Tormann angreift. Aber mittlerweile, mir fehlen auch langsam echt die Worte. Bitte denkt über meine Zeilen nach, rafft euch endlich auf und zeigt den anderen Vereinen, dass sie wieder anfangen sollten, vor euch zu zittern. Denn Angst und Respekt vor dem BVB hat leider kaum noch einer. Ich denke, ihr alle werdet für euren Job sehr gut bezahlt und solltet das auch durch eine entsprechende Leistung wieder an euren Arbeitgeber und an eure Fans zurückgeben. Zusammenhaufen, aufstehen und kämpfen, Jungs. Das ist eigentlich, was ich dazu noch sagen will. Wenn ich auf der Arbeit so arbeiten würde, wie die Fußball spielen, dann könnte ich mir jeden Tag eine neue Arbeit so... Das ist teilweise echt Arbeitsverweigerung. Wie gesagt, es kann jeder mal einen schlechten Tag haben, es kann immer mal einen schlechten Spieltag geben oder irgendwas. Das ist bei den besten Mannschaften der Welt so, das ist bei Bayern München so, die verlieren auch mal da gegen Aufsteiger aus der zweiten Liga oder unentschieden, meinetwegen. Ist alles schön und gut. Das kann passieren. Aber bei Dortmund ist es mittlerweile einfach too much, ja. Es ist mittlerweile einfach too much. Wir haben da gegen Stuttgart wieder mehr Glück als Verstand gehabt, kriegen zwei Gegentore gegen den, gewinnen wir dieses Spiel wieder irgendwie. Es ist einfach mittlerweile diese Leistung nicht mehr zu entschuldigen, ja. Und für das Geld, was die verdienen, ist es einfach Arbeitsverweigerung. Und wenn irgendeiner von uns, die einen normalen Job haben, so arbeiten würden, wir könnten jeden Tag zum Arbeitsamt trennen und zu einem neuen Job suchen. Das ist halt das, was mich bei der Sache momentan ein bisschen aufregt. Und das Geilste ist, ja, ihr heult alle rum, ihr wollt Champions League spielen und kein Bock da auf, auf Euro League, ja. Ich rede jetzt von Emre Can zum Beispiel, ja. Emre Can, in den Medien, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf Euro League, auf diese scheiß Euro League, ich will Champions League spielen, ja. Was macht Emre Can? Mach da einen Fehlpass, dann macht er ein Handspiel, dann gibt es Elfmeter. Junge, du willst Champions League spielen und verschuldest diese ganzen Gegentore. Und dann beschwerst du dich, dass du Champions League spielen willst. Ey, Emre, ey, ich mag dich echt gerne, ich mag dich wirklich gerne. Du bist einer meiner Lieblingsspieler beim BVB, du bist offensiv mega gut, du bist immer torgefährlich, ne, aber Gegentore verschuldest du halt einfach auch zu viele. Sei es jetzt durch Elfmeter, wie jetzt auch wieder im Rückspiel, sei es durch irgendwelche Fehlpässe oder irgendwas, ja. Wenn das halt alles nicht wäre, dann müssten wir uns keine Gedanken machen. Der Elfmeter, gut, ich habe jetzt wieder in den Medien gelesen, ah, lachhafte Elfmeter, wie du schießt, muss da eingreifen, weil er vom Kopf an anspringt. Ich als Dortmund-Fan, ganz ehrlich, ich nehme nicht Dortmund immer nur einen Schutz wie im letzten Video, sondern ich nehme auch manchmal die Fanbrille ab und sage das, was meine ehrliche Meinung ist und ich sage mit ehrlicher Meinung, man kann diesen Elfmeter geben, weil er hat mit dem Arm acht Kilometer da draußen nichts verloren, ja. Wenn er Köpfen will, muss er die Hand dann nicht hinmalen. Gut, manchmal passiert das Ausriss-Flex, er ist vollkommen okay, aber es ist jetzt für mich eine 50-50-Chance, wenn der Schiri pfeift, pfeift er, wenn der Schiri nicht pfeift, pfeift er nicht. Ist für mich eine 50-50-Sache, klar ist es unglücklich, dass er das Ganze gepfiffen hat. Klar, die Sehnen aus dem Hinspiel, wo der dem Bellingham da die Sache abpfeift, ist für mich ein ganz klarer Skandal, da brauchen wir nicht weiter darüber reden, da bin ich im letzten Video drauf eingegangen, dass es ein absoluter Skandal war, dass der Schiedsrichter aus meiner Sicht dafür auch gesperrt gehört, aber bei diesem Handspiel jetzt in dem Rückspiel, finde ich, kann man geben, was ist dazu eure Meinung, schreibt es in die Kommentare, aber selbst, ob es den Elfmeter jetzt gegeben hätte oder nicht, scheißegal, wir wären trotzdem nicht weiter gewesen, uns hätte trotzdem ein Tor gefehlt, weil ein Unentschieden hätte es uns auch nicht gereicht. Und jetzt wird es sagen, ah, diese Elfmeter, wir haben das ganze Spiel genommen, Bullshit, weil uns trotzdem ein Tor gefehlt hat, ja. Natürlich kann man dann sagen, ob es dann da jetzt unentschieden steht oder ob wir zurückliegen, ist für die Moral der Mannschaft natürlich nochmal anders. Das mag sein, aber wie gesagt, wir haben eh nach der 15 Minuten nur noch hinten rumgespielt und überhaupt nicht mehr angegriffen, also ob es dann 1-1 gestanden hätte oder 2-1, macht aus meiner Sicht keinen Unterschied, weil wir eh gurkenhaft dann gespielt haben, die Bälle nur noch hinten her geschoben haben und von daher macht das für mich jetzt ehrlich gesagt keinen Unterschied. Keine Ahnung, ob ihr das anders seht. Ich wollte dieses Statement auf jeden Fall kurz mitteilen. Ich werde auch dieses Video auf jeden Fall meiner Mutter zukommen lassen, dass sie dieses Video inklusive dieser Mail an Borussia Dortmund schickt. Ich wette zwar eh 100 Euro, dass es sich keiner durchlesen wird oder keiner anderen wird. Ein Versuch ist es wert. Ich bezweifle zwar, dass die Mannschaft deswegen dann anders spielt, nur weil da jetzt einer kommt und ein Video macht, wobei ich bin ja der Einzige, es gibt ja viele. Aber das wäre komisch, wenn durch dieses Video auf einmal die Mannschaft dann anders spielen würde. Ja, wie gesagt, das ist meine Sache dazu. Liga, keine Ahnung, ob ich mir noch ein Spiel angucke, wie gesagt. Champions League war es eh, der FB-Pokal, gut. Bezweifle ich aber auch, dass wir den gewinnen, sage ich euch ganz ehrlich. Ich bezweifle momentan auch, dass wir Euroleague schaffen, sage ich euch auch ganz ehrlich. Keine Ahnung, das ist halt so eine Sache, die ich nicht verstehen kann. Wenn ihr dazu eine Erklärung habt, schreibt es in die Kommentare. Ich in dem Sinne würde sagen, das war es mit dem Video. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ich habe nichts anderes übrig zu sagen, außer... Ich habe es fertig. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.